Herzlich Willkommen zurück zu Let's Play Mindshaft. Bei diesem Lied muss ich immer sofort grinsen, wie so eine Grinsebacke, ich find das lustig das Lied. Ja! Ja, jetzt muss ich erstmal Leggings. Ich hab Angst vor diesem Brunnen, dass er ausläuft. Der ist crazy. So, ich hab mir überlegt wie es hier weitergehen kann. Schon mal falsch. Das muss ich so. Wie ist das eigentlich mit Effizienz? Das dauert doch eine Ewigkeit. Also man könnte es einfach auf diese Höhe, verstehste? So. So einfach, auf diese Höhe. Da müssen die Pferde auch keine Treppe hochgehen. Oh. Ich hab die letzten Folgen glaube ich ein bisschen übersteuert, aber das ist glaube ich okay. Hauptsache man versteht was ich sage. Ist besser als wenn ich zu leise rede. Wenn die Musik nämlich so auf den Ohren ist, dann nimmt man das nicht mehr so wahr. Man hört sich ja selber kaum. Hehehe. So. Dann machen wir das hier so, ne? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Okay, du tust. Ich hab ein bisschen noch mal die Effizienz. Es ist besser so. Aber es fehlt noch ein halber Level. So für Effizienz 5, schätze ich. Mal 4. 5 kann man glaube ich auch manchmal verzaubern. Die Tiere haben manchmal einen Drehwurm. Hatte der gerade einen Drehwurm? Ne, gut. Das machen die bei so Seegras. Dann drehen die sich so im Kreis. Wahrscheinlich hat das eine besondere Wirkung auf die. Die kriegen die einen an einer Pfanne. Dann könnte man hier einen Zaun machen. Holz oder Stein. Man könnte auch den Rand mit Stein und dann Steinzaun. Ich glaube, das wäre geil. Ich glaube, das mache ich schnell und direkt. Ich habe gar keine Kobbels. Ich kenne mich doch hier gar nicht aus. Ich glaube, heute mache ich es wieder so. Einfach aufnehmen und dann... Dann zerschneide ich das in Folgen. Manchmal denke ich auch, komm, machst du nur eine halbe Stunde? Ja, weiß ich nicht. Vielleicht mache ich auch nur eine halbe Stunde. Ich weiß es nicht. Mal gucken. Ja, ich glaube, den Rand, ne, den mache ich so mit Kobbel. So, und dann Steinmauern. Müssten wir eigentlich auch noch welche haben. Oh, da muss schon fast wieder geerntet werden. Ernten, das mache ich ja immer gerne. Hopp. Cool, ich habe eine Kaktus-Farm. Finde ich nice. Hier bin ich falsch. War irgendwas drin? Ach ja. Richtig nice, was da so drin ist. Äh, ich glaube, hier muss man einen Anbau machen. Wir brauchen nämlich Platz für Eisen und so. Oder? Obwohl, hier kann man noch eine Kiste entstellen. Eine kleine. Ich habe gar eine Kiste. So, ich finde Eisen und Gold und so. Das gehört da in eine Schmiede. Ich habe übrigens immer ein volles Inventar. Wenn ich irgendwas mache, immer volles Inventar. Ich habe gar keine Kisten. Kommt da denn? Kisten braucht der Mensch. Mensch, da. Hier ist aber nicht viel Platz in dieser Bude. Aber so geht das eigentlich, ne? Kannst dich kaum bewegen hier so. Da kommt hier mal Eisen hin. Mach ich mal so? Ich weiß noch, damals Gronkh, der hat immer so. Das kannst du auch gut, ne? Passt ja. Das sind immer 6er-Packs. Und dann hat der einfach so. Und dann, wenn du es hier drin hast, so als Beispiel, machst du einfach. Zack. Ordnet der es ein. Wenn es voll ist, dann der Nächsten. Deswegen erst, äh, ne? Verstehst du, ne? Ja, bist ja nicht blöd. Bist ja Zuschauer. Zuschauer sind ja schlau. Hier ist nochmal Gold. Was soll da noch rein? Sollen da die Diamanten auch rein? Ich glaube, ja, ne? Die hatten wir aber in der kleinen Dreckhütte. Nee. Da war ja noch was. Äh, wo war ich stehen geblieben? Achso, die haben, nee, Diamanten, die waren in der Bibliothek. Äh, in der Bücherei, meine ich. Oh, falsch. Da. So. So. Äh. Das kurz gemacht. Dann, äh, wollte ich hier Stein mauern. Genau. Irgendwo haben wir doch bestimmt noch welche. Da sind Kobolds. Ne, ich habe scheinbar alle verballert. Okay. Es ist Party-Kick-In-Time. 60. Ich nehme mal... Ah. Ah, ja. Ah, ja. So ist lässig. Ich nehme mal hier alles raus aus dem Inventar. Ohne drüber nachzudenken. Einfach alles reinballern. Schub-di-doodle. Oh, warte mal. Äh, habe ich noch ein Schild, der heil ist? Ja, in der Hand. Haha. Ich bin aber auch lustig. Mensch. So. Äh, ja. Ich nehme das mal aus dem Ofen. Dann kriegen wir bestimmt Level 30. So. Nix zum Reparieren in der Hand. Gut. Äh, das ist aber wenig. Oh, ganz knapp. Oh, ganz knapp. Oh, warte. Das Eisen tue ich dann jetzt hier... Ne, zack. Eigentlich kann man auch hier so... Die Dinger sehen ja eigentlich fast genauso aus. Nur in roten. Nur es ist was ganz anderes. So, ich brauche ein paar XP. Wo kriege ich die denn? Oh. Yay. Cooler Effekt, Alter. Wow, ich sehe gar nichts. Du bist ja bescheuert. Ich habe gar kein Buch mehr. Das ist doof. Das war jetzt nicht zu viel, oder? Äh, wieso geht das jetzt so bis 24? Ich habe einen Fehler gemacht. Scheiße. Oh, da. Ja, also dann... Entweder muss ich jetzt schnell Kühe züchten. Oder ich gehe mal kurz einkaufen. Die Tiere müssen ein sehr großes Gehege haben. Weil das sind Tiere, die sehr viel Auslauf brauchen. Und den Boden mache ich komplett aus Holz. Dann mache ich das Kobbeldige weg. Und hier fehlt eine Tür. Schüpp-di-dup-di-du-du. Ich sollte damit aufhören. Ich sehe selber kaum was. Das macht dann wahrscheinlich verrückt beim Zugucken. So. Ich muss Geld haben. Das kann man verkaufen. Das. 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 Das alles nicht. Das. 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 Yes. Her damit. Ich brauche die Knete, Alter. So. Und dann mache ich mal Papier. Übrigens ist bei der Textur irgendwas komisch. Der lädt immer nicht, äh... Trapdoors oder Notenblöcke. Da hat er irgendwie Probleme. Übrigens ein Schrottenschild muss ich nicht dabei haben. Und ich könnte eigentlich ein bisschen Kohle... Nee, lieber nicht. So. Und jetzt hole ich noch das Papier aus der Büchergeschichte. Aus der Zauberstube. Zack, zack, zack. So. Und dann kaufe ich mal ein paar Bücher. Oder ich gucke, was sie haben. Gut, dass wir über Betten stehen haben. Da muss ich auch ganz mit haben. Das hat einen klaren Vorteil. Vielleicht sollte ich auf dem Pferd dahin. Das geht doch viel schneller. Ferdi. Komm mal, run. Oh, der ist aber lahmarschig. Ferdi, du bist aber kacke. Ich nehme mal ein anderes. Hier, diesen wunderbaren Schimmel. Komm, jetzt hab dich nicht so. Komm, stell dich nicht so an. Ich bin ein großartiger Reiter. Du musst mich nur lassen. Komm, lass das mal sein jetzt. So, und jetzt ist er immer noch nicht, mein Kollege. Hör auf damit. Jetzt benimm dich. So ist er fein. So, jetzt bin ich mal gespannt, wie schnell er ist. Alter, was ist das denn für eine Schnecke? Ich will ein schnelles Tier. Bist du schnell und noch nicht getamed? Sehr gut. Die sehen hier irgendwie alle gleich aus. Oh, oh, der will auf keinen Fall. Das ist bestimmt der Beste aller Zeiten. Also, ich finde, ein Pferd muss schon Speed haben. Jump ist mir nicht ganz so wichtig, aber Speed muss er haben. Sobald wir ein Leuchtfeuer haben, will ich auch auf Speed machen. Das ist mir nur wie ein Beklopper hier rumrennt. Das ist cool. Das ist sehr lustig, wenn man so, wenn das hier so tagelang dauert, hier mit dem Tame. Und dann auch schnell gestellt, man nur sieht, wie die Sonne mal auf und unter geht. Ja! Ist das jetzt sehr viel schneller? Ich bin mir nicht sicher. Das erscheint mir auch sehr langsam. Ich bin ein berittener Bogenschütze. Warte mal, so sieht man ja nichts. Kann man dagegen schießen? What? Yeah, cool. Das coole ist, man kann als berittener Bogenschütze reiten und gleichzeitig schießen. Das Ganze ja beim Rennen nicht. Dann stoppt er ja, also schleicht der. Sun is rising. Ne, warte mal. Setting. Ich verwechsel das immer. Erstmal einen Schluck Wasser. Ach, Wasser. Wasser erfrischt den Kopf. Fresh Head. Mr. Fresh Head. Oh, Pizze and Egg. Eggnod. Was ist Eggnod? Irgendwas zum Trinken. Ich glaube, Likör kann das sein. So, hallo. Was gucken Sie da unten? Was ist da? Sind Sie ein Spacken? Guten Tag, Herr Fischer. Oh, was ist hier? Eine feuchte Party haben sie hier. Ich habe gar keine Smaragde mitgenommen, aber ich glaube, ich habe auch gar keine mehr gehabt. Ich habe kaum was zum Verkaufen. Wie kommt doch denn? Kürbis. Ich muss die Melonen noch kombinieren. Wo ist er jetzt eigentlich? Ist hier irgendwo eine Werkbank? In der Schmiede müssen... Ach nee, die haben keine. Ich hatte hier, glaube ich, einen Unterstupf, ne? Hier? Ne. Oder war das ein anderes Dorf? Ich blicke da doch nicht mehr durch. Das sind 120.000 Dörfer hier. Irgendwo muss ja doch eine Werkbank sein. Ach, die sind ja in meinem Büch... Ach, ja, guck hier. Erst mal da doof reingucken. So, Melone. Oh, cool, da geht noch was. Und dann muss ich noch Papier verkaufen. Sie sind ein Bauer, das ist schön für Sie. Das ist aber ein anderer Bauer, ne? Zehn. Ja, cool. Nice. Jetzt verkauft der Äpfel. Die planschen ja wie verrückt hier rum. Hallo. Oh, ich hab den Bein an der Haune. So. Ja, Papier muss ich verkaufen. Reparatur, man. Komm mal her mit der Knete. Voll nice. Wie viel Knete der ausspuckt. Oh. Was kostet denn ein Bücherregal? Musik ist gerade übelst laut bei mir. Nice, 30. Jetzt verkauft er aber wieder Bücherregale. Geil. Her damit. Frop. Das sind ja nur drei Stück. Kauf noch mehr. Oder vielleicht ein Reparaturbuch? Könnte ich eins kaufen. Ja, das mach ich. Ich darf die Achse nicht in der Hand haben. It's dangerous. Und dann kann ich noch zwei Bücherregale kaufen. So, und jetzt hab ich schon wieder alles verballert. Meine Bücherregale gingen noch gar nicht bis 30, fällt mir gerade auf. So, wo sind denn jetzt eigentlich die Pferde-Geschichten? Hat sich das wieder vom Acker gemacht? Wo ist es denn? Ich dachte schon, da wäre eine Höhle. Das ist gefährlich. Hier ist einer. Ja, Kriperlü. Erschossen. Da muss ich schön ausleuchten. Da ist ein Zombie. Boah, die Musik ist geil, Alter. Wo ist er? Hier hab ich gerade ein Zombie gehört. Das ist gefährlich für die Dorfbewohner. Na gut, zur Zeit verbrennen die ja noch. Hm, wo ist mein Pferd? Ich will nach Hause. Ich könnte ja eigentlich noch ein bisschen arbeiten. Komm, ich arbeite mal hier. Ich mein, wenn ich das nachpflanze, ist das doch okay. Und ich will eine Glücksspitzhacke. Dann gibt's ja auch mehr Ertrag. Dann ist das besser zu ertragen. Dann ist das besser. Bis zum nächsten Mal.